Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Frau Brunsdorf, bitte. Hallo, Sie schon wieder. Wollen Sie einen Kaffee? Wie geht's Ihnen? Heute Morgen war es gar nicht gut. Wobei, die Studi ist auch scheiße. Du kommst zurecht. Freunde zu betreuen. Du weißt, du kannst sie jederzeit abgeben. Kann ich nicht. Letzte Warnung. Ich will keine Hilfe geben. Weiß ich auch. Du. Sieht aber gut aus. Mir geht's darum, was für Solvay am besten ist. Ist mein Job. Ist dein Job? Bin ich auch dein Job? Du. 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 Du.